Hallo liebe Motorsportfreunde, wir wollen uns heute mal wieder ein bisschen messen mit den anderen und uns den zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Wir sind natürlich mal wieder, der Max, hallo Max. Na moin, hi. Jetzt hätte sich fast der Esel zuerst genannt, den ich da nicht fand. Ja, würde ich mal sagen, wir gehen mal einen dicken Doppeltreier rein. Na klar. Immer. Immer schön gesandwiched. Der dicken Doppeltreier. Hallo da. Hallo da. Hallo da. Moin Anne. Na, Erik ist heute nicht mehr dabei. Erik ist heute leider nicht mehr dabei. Rocket League sind bloß der Dave und ich. Hat er leider, da musst du ihn überzeugen. Ja. Weißt du, er beschwert sich immer, er beschwert sich immer, dass wir, äh, äh, wegen den Mates, weil die Mates so scheiße wären. Deswegen wird er das Spiel in den Spielen. Aber ich denke mir dann die ganze Zeit, hey, mit uns zwei hätte er doch nur uns als Mates. Hahaha. Ah Gott, und so hat mich gerammt. Ja, schön. Ja. Ja. Na, mal gucken, was das hier wird. Vor? Ich vor. Ja. Schön. Oh, geiler Song läuft gerade. Geil, schön, Max. Läuft denn bei dir? Oh, warte, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ah. Ah, der ist ganz neu im Mates. Oh, nee. Nein, oh, Mödel. Oh. Der ist ganz neu im Mates. Ja, ja, der Eric maint schon uns. Mit Mates. Es sind immer die Mates. Take me home tonight von Eddie Money. Das ist das Lied, was läuft vom Eggern und den Dings, was du mir geschickt hast heute. Ah, ja, ja, ja. Der Song. Den hab ich schon gut gefunden. Der hat aber immer geile Songs. Ja, der hat immer so geile 80's Mögel. Oh Gott, ich wurde rumgereicht von unseren. Ist in Ordnung. So. Ah, schade. Das ist leider... Aber sowohl die Mates, die Gegner als der Mates sind schon wieder völlig grenzlos. Ja, ja. Nein, nein, geht drüber. Fahr. Ich hab den weggeschoben. Oh, ich hab den eigentlich wegge... Oh, ich hab den voll hinten rein, der dich dort bumseln wollte. Ja, alles gut. Schade. Dafür bin ich jetzt hinten. Oh Gott, jetzt bin ich vom Controller-Rag gerutscht. So. Oh Gott. Schade. Oh Gott, ich bin vorbeigefahren. Ich hab wohl irgendwie grad einen Leichtdruckflicht, muss ich sagen. Ich muss mal gleich gucken, ob der Radekabel... Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich muss mal kurz gucken, bei mir ruckelt es ein bisschen. Wow. Wow. Er fährt doch weiter ran, dreht doch nicht ab. So ernsthaft. Ja, schade. Schön. Ja. Schade. Wir sind aber gerade alle drei wieder vorne hier. Ja, stimmt. Gerade beim ins. Schön. So. Ja. Ich hab keinen Boost noch. Ja, alles gut. Typ. Los, hinterher. Ich bin hinten. Schön. Schön. Schon? Ja. Schnell. Schade. Schlecht erwischt. Schön. Nein. Von weiter ran. Oh. Oder so. Der geht. Oh. 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 Schade. Oh nein. Schade. Oh Gott. Schade. Schade. Ach. Scheiße. Was eine Attacke, Digga. Aber das gut. Aber dann kam wieder unser Trolle und nach hinten hoopt einfach nur vorbei, obwohl er einfach hätte safe hinten bleiben können. Ja. Aber warum? Ah. 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 Sekunden. Oh. Mann. Typ, ne? Es ist einfach nur, der ist einfach nur Kacke. Wie der hier auch wirklich links, rechts jeden Boost immer mitnimmt. Ja. Ich hab nämlich jetzt gar keinen mehr. Digga. Kann doch nicht wahr sein, wie schlecht der ist. Ne. Ich holen. Okay. Klar. Ah. Sorry. Alles gut. Das heißt, komm ich von der Seite rein. Ah. Ah. Ich bin noch hinterher. Oh. Schade. Naja. Aber wie gesagt. Mit solchen Mates machen sie nix. Naja. Schade. 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 Kernschokolade mit dem Rosettumor. Tiefer dürfen wir aber wirklich nicht mehr absteigen. Ja. Tiefer. Ich will nie mit Gold anfangen. Wirklich wahr. Ich suche ein, gleich wieder da. Ja. So. Also wenn wir jetzt noch auf Gold abrutschen, dann ist wirklich. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber ich hab die meisten Punkte im Team. Nice. Hast du schon wieder nie reingesucht? Ja. Ja. Dachte ich mir oder so. Mein Gott ey. So. Aber jetzt mal hier. Echt mal. Da wo der Frosch. Die Locken halt. Ja. Aber sowas von. Ich weiß zwar nicht wo. Aber. Das wirst du mir jetzt zeigen. Mh. Mh. Ah komm. Ja. Den glorreichen Maid. Natürlich. Sauty Schores. Da bin ich jetzt mal gespannt vom Tim Gamer Da bin ich ganz knapp zu toll gehestet. Oh, mehr entspannen, mehr entspannen, Leute, mehr entspannen, Leute, im Chat, ihr müsst immer mehr entspannen, Leute. Ich merke, dass euer was geregt ist. Das färbt auf mich ab. Seid einfach mal entspannt. Einfach mal entspannter sein ein bisschen. So wichtig im Leben. Hab ich? Nice. Eher schlecht als recht. Lieber hochgekriegt. Und du hast ihn hochgekriegt. Ist in deinem Alter erstaunlich. Danke dir. Ich tue alles dafür. Meine Libido stirbt mit mir. Soll ich dir mal ein Handy geben? Ja, genau. Soll ich dir mal ein Handy geben? Fuck. Knapp. Ah, bin ich immer zum Mädchenlärm in dem Spiel. Okay. Ist in Ordnung. Ich weiß, in der heutigen Teil ist das in Ordnung. Ich danke dir. Ich wollte dir bloß noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein geben. Ich wollte dir bloß noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein geben. Du warst eigentlich an der Tage, dann hast du gesagt, der kommt da ran und dann verhuckt er so. Ich wollte den. Mhm. Hau dran. Bitteln deutsch. Ich wurde geschub... du hast gesehen. Ja, ich... Abgesehen, du wurdest geschubst. Mein Gott, deutsch. Tim! Weißt du? Und dann ist das wieder so einer, der... Okay. Okay. Ist ja der so... so dieser Mittelfeld, vorne, vorne, hinten, so gar nicht zu gebrauchen. Vorderan. Oh. Tim, 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 Tim! Ja, Tim, 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 Tim! Oh. Da! 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 Ah, ich hatte keinen Boost. Ich konnte nur hüpfen. Alter, ich baue uns hier rum wie ein Dödel. Du bist doch auch ein alter Dödel. Schon? Hier, wo ist jemand? Schön, über dich drüber noch gehobt, Alter. Puh, ganz knapp. Scheisse! Ne, mach ich Dödel Mist. Und dann machst du Dödel Mist. Dann mach ich Dödel Mist. Wo in dir, Tiger? Ich hab keinen Boost mehr. Ah, scheisse! Hol ich mehr. Wo bist du hier? Wo? Vorsicht, die killen. Echt? Also, naja, die schubsen. Die versuchen zu killen. Vielleicht meinen die, das ist taktisch fairer, wenn sie so schubsen. Hm. Na ja, unterrichtengelegenheiten. Verstehe ich's. Ach, jetzt mach ich den Mist. Sicher wohl. What happened? I don't know. Nein! Oh mein Gott, ey Dave! Also, ich mach grad wirklich dumme Fehler. Ja, lass das mal. Tim! Tim, fahr ran. Bring rein. Oh. Schade! Ein Millimeter. Ja, oder? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Jetzt bin ich schon Liga 2. Scheiße. Gott. Oh. Das ist... Das fühlt schmutzig an. Ja. Wirklich einfach widerwärtig. Ich weiß nicht was da los ist. Kann nie mehr als eine Tagge jetzt hier. Oh! 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 Jetzt muss aber. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Also ohne jetzt. Ich bin wieder worden erhört. Der Ort. Also die Map ist ganz schön rar geworden. Das ist wirklich wahr. Aber das stimmt. So ist es aber mit eigentlich edlen Dingen. Entschuldigung. Okay, war zu langsam. Nee, Max. Hörst du mich noch? Ich hör dich, ja. Okay, Entschuldigung. Ich dachte gerade, du würdest mich nicht mehr hören. Doch, doch. Okay, du hörst mich noch. Also, ich hör dich noch. Ja, okay. Hier. Hörst du mich noch? Ja. Hörst du mich noch, Max? Ich glaube, ich hör dich noch. Max, schade, schön. Nein. Terror-Krübel, Alter. Hast du ein Baby, oder? Ja, klar. So, ich hatte gestern mein Bewerbungsgespräch. Oh, das war schön. Äh, ja. Also, ich war über eine Stunde, war ich dort. Ähm. Wenn. Äh. Also, ich muss eine, eine, äh, ärztliche Tauglichkeitsprüfung noch machen. Also, wie Astronaut. Du da so bestehst unter den Konditionen in deutschen Bahnen. Ja. Genau. Ähm. Das ist schlimm wie Weltall. Wenn ich, wenn ich die bestehe, dann... Können sie dich als Minensucher einsetzen. Können sie, ja. Ah. Ah. Ähm, ne, aber dann hab ich... Alter. Muss das sein? Hat, hat unserer mich geschubst. Ich hätte ein Safe gehabt. Da jetzt ne, aber... Oh, oh, oh. Der ist vorbei. Schön, Max, schön gedrippelt. Ich hab mir Mühe gegeben. Oh, oh. Ähm. Customer? Ja, aber... Das Mango ist... Erst ab dem ersten vierten. Hm. Hast, ich bin... Ein halbes Jahr arbeitslos. Einen halben Monat. Mann. Ich war gerade so ein halbes Jahr. Was ist denn los? Jedes Mal. Jedes Mal sag ich das falsch. Ne, einen halben Monat. Ja. Ja. Ah, 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 ah. Scheiße, da hätte ich aber auch springen müssen. Toll, Mango. Verdammt. Naja, kommt mal halt. Äh, ja. Und ich hab heute angefangen zu studieren. Also ich hab heute... Ich hab heute mit meinem Probemonat im Studium angefangen. Ach, zu studieren. Ach, zu studieren. Ah, okay. Äh, ja. Schön. Und? Der erste Tag, schön? Also, ja... Wie war dein erster Schultag jetzt leider? Äh, ja. Also ich hab noch nie wirklich viel heute gemacht. Ähm. Hab mich ein bisschen reingelesen in das Mathezeug. Hab ein bisschen angefangen, mich reinzulesen in, ähm, Einführung in das wirtschaftliche Arbeiten. Wissenschaftliche Arbeiten. Ja. Ja. Ja, tschüss. Hä, ja. Hä, ja. Hä, ja. Hä. Hä. Ach, ich neben mir zahert sich gerade bloß, weil ich hier die ganze Zeit irgendeine Scheiße laber. Eine Scheiße laber. Eine Scheiße laber? Wow. Alter. Äh, bei 1.30 wird er aufgegeben? Mit 1. Rückstand? Why? Ja, total. Mach ich nix. Hab ich keinen Boost gehabt. Der war gerade weg dort hin. Ja, na. Drecks. Okay. Ähm. Ja. Also hab mir halt ein bisschen was durchgelesen heute bloß. Ja. Zu den einzelnen Themen. Und, ja. Cool. Aber das... Also wie der erste Tauchnummer ist. Ja. Handschutz. Wie du rauskommst. Fluchtdruck. So ungefähr, ja. Ähm. Ne, aber da, da muss ich sagen, äh, kommt mir das eigentlich recht gelegen, dass ich erst ab dem 1.4. dann wieder anfange zu arbeiten. Weil da kann ich jetzt den ersten Monat, den Probemonat halt wirklich ein bisschen was schaffen beim Studieren und mich da auch ordentlich reinfinden in Ruhe. Ja. Und dann kommt die Arbeit mit dazu. Ja. Ja. Das hört sich doch gut an. Das hört sich doch nach einem Plan an. Ja. So. Keine Lust mehr? Ne. Ne. Ne, du bist normal. Nein, du bist noch drinnen. Ich, äh... Ach so, du bist gleich gelieft. Das hat's mir gar nicht angezeigt diesmal. Und ich bin direkt raus. Das hat's mir diesmal gar nicht angezeigt. Das hat's mir diesmal gar nicht angezeigt. Das hat's voll. Mir hat Puk gereicht. Na. So. Ja, also. Bei mir geht jetzt auch einiges. Also ich bin dann ab dem ersten vierten Brückenbauer für die DB. Brückenschweizer. Also da steht jetzt halt wirklich nur noch diese Tauglichkeit im Weg. Also wenn du dafür taugst, dann nehmen die dich 100%. Genau. Also ich krieg so im Laufe der nächsten Woche, so ist der Plan, krieg ich ein Angebot zugeschickt, was für die schon verbindlich ist. Jetzt, also mal abgesehen von der Tauglichkeitsprüfung, wenn ich die halt nicht bestehe, dann ist es sinnfällig. Aber so ist jetzt, so wie sie es mir gesagt haben, eigentlich alles in Tüten für mich. Okay, cool. Ich geh jetzt auch am Dienstag mal ein paar Stunden hin, Probe schweißen. Probe schweißen? Probe schweißen, was schweißt du jetzt? Brücken. Ach, Brücken. Ja, also das sind so Behelfsbrücken, die halt reinkommen, wenn eine alte Brücke abgerissen wird und dann so als Zwischenlösung, bis die neue Brücke halt da ist. Gibt es eben solche Behelfsbrücken. Okay. Ähm, die machen wir bis 30 Meter Länge bei uns. Ja. Und die Signalausleger, da kommen im Jahr ungefähr 40 Stück bei uns über den Tisch. Aha. Ja. Also grober Stahlbau. Grober Schade. Die großen Dinge. Die großen Dinge. Ja, wie die Simpsons uns schon gelernt haben, alle schwul. Das kann nicht sein, ne? Da spiele ich dem Ding auf die Haube. Aber was will ich machen? Guckst du dir an? Ja, der ist halt auch... Ich hab den berührt. Der ist dann an den ran. Ja, schade. Also der hätte den wahrscheinlich trotzdem gekriegt, aber... Ah, der ist halt auch extrem assi von mir abgebreit. Es ist aber auch schon wieder schön, ne? Dass das Spiel, weißt du, nach zwölf verlorenen Runden hier uns einfach auch partout nicht mal ein... Gegner gibt, die mal ein bisschen blöder rissen. So, mal zum Reinkommen. Danke. Ja. Mal ein paar Dummies. Weißt du, ein paar... Wie hieß das beim Boxen? Gibt's das da auch? Und ich glaub, beim Fußball-Luba auch so. Ist das nicht Smash-Matches oder sowas? Weißt du, weil erstmal so die Moral aufgebaut wird, weißt du, wo irgendwo gegen so ein paar Dummies gespielt wird? Das wär nicht schlecht, ne? Ja. Naja, ne, aber eigentlich tut das ja was Schlechtes sogar, weißt du, weil... Dann ist man ja das Scheiße gewohnt. Ja. Und man muss sich ja an die Liter anpassen. Ha, geblockt. Bringt mir nix. Danke. Hä? Hä? Da fährt der stumpf nach vorne. Ist der bescheuert? Ja, ist er. Der steht hier rum. Der steht hier rum. Ja. Ich we nh- Für den Reportage gleich. Ich glaub, der beweging sich noch. Aber was ist jetzt mit, ja, echt mal. Wir würden ihn mähen. Alter, bescheuerns. Kann ich nicht, ah, weil ich mir, schön, Max. Schön. Schön. Nee. Habe ich. Schön. Schön. Oh, schade. Nein, du, irgendwer. Schön. Oh, klar, hub der so blöd ab. Ich wurde geshopst, also nicht wundern, dass ich so blöd hier war. Aber den macht er drüber. Schön, Max. Ich hab keinen, ich hab keinen Boost. Oh. Aber. Ja, den kriegen die. Oh Gott. Sorry. Alles gut. Gut. Wir halten das. Oh, ich muss. Achso. Entschuldigung, ich wusste nicht, ob du den Boost brauchst. Nee, ich war voll. Alles gut. Okay, jetzt ist er wieder da. Mal gucken, ob er jetzt fahren kann. Ich hab den schon reportiert. Das ist egal. Das kann ja trotzdem. Okay, er fährt. Oh. Nee, den krieg ich nicht. Schade. Da komm ich auch nicht rechtzeitig hoch. Okay, der fährt aber immer noch wie ein Bot rum. Ich bleib hinten. Okay, jetzt hat er geboostet. Immerhin das kann er. Ich beobachte das erstmal. Wer weiß, was er macht. Hier. Ach man. Warum kommst du nicht vor, dummer Scheißidiot. Okay, ich spring kann er aber. Oh. Kein Boost. Vorbei. Hier. Du. Ja. Ah, schön. Schade. Der ist drin. Der geht. Der geht. Wenn der ihn nicht kriegt. Oh. Das ist unfassbar. Das ist unwirb. Der heizt mir einfach noch hinten rein. Wirklich, ich raste gleich aus, ne? Alter, gerade stehe ich wirklich so kurz vor den EXP. Das ist so frustrierend. Fuck. Keine böse Ausdrücke, Dave. Wir sind online. Tief durchatmen. Wirklich, Alter. Blei rastig aus. Ja. Sorry. Ja. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ach man. Fuck. Das macht einen so sauer. Warum muss man immer diese Idioten? Da steht er wieder. Das ist reinste Absicht von dem. Mit sowas muss man spielen. Schön. Der ist da einfach wirklich. Also wenn das K sechsjähriger ist, ne? Dann muss das doch eh nah aus dem Heim sein. Das kannst du mir nicht anders erklären. Ich verstehe es nicht. So fährt er kein Mensch. Ne. Das ist wahrscheinlich ja die ersten Experimente vom Elon. Hier fährt er eine KI oder so. Aber ich glaube, das würde besser laufen. Ja. Unfassbar. Das ist einfach nur. Ja. Also das war wirklich bodenlos. Da kann man glaube ich nichts zu sagen. Du hast den Typen reportet. Noch ne mache ich aber jetzt. Jetzt sofort. Ziku war es, ne? Ja. Für. Absichtliches verlieren. Absichtlich inaktiv. Absichtliches verlieren. Vollidiot. Nice. Ich habe 666 Punkte. So muss das. Ich habe 198. Geil. Nicht mal die 200 geknackt. Zahl des Teufels. Das ist echt so. Eigentlich die Zahl des Tieres. Das kommt auf dasselbe raus. So jetzt gehe ich aber mal ganz fix pinkeln. Gleich wieder da. Boah. Ich auch. Also kurze Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder da. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Hallo Party Boys und Girls und alles was dazwischen liegt und da drüber hinaus und jeder. Einfach alle. Die ganzen Sterne da draußen sind wir alle am Ende nur aus Sternenstaub. Oh, da verbinden wir auch noch ein Fakt, den ich ganz geil finde. Aber natürlich kriegen wir einen User zur DB, wo ich jetzt war. Ich hatte eine Führung mit dem Werkstatt, der hat mir so gesagt, die sind natürlich immer am gucken, um das beste Zeug für die Mitarbeiter und so immer zu haben und auch die Arbeitsqualität und Arbeitsbelastung natürlich relativ gering zu halten. Und da ist er nämlich gerade beim gucken für die Monteure für ein Exoskelett. Okay, cool. Und ich finde es auch so geil. Und ich finde es auch so geil, die Schweißgeräte, die wir dann dort haben, die kann man mit dem Handy verbinden und Schweißprogramme auf dem Handy abspeichern und laden. Okay. Cool. Da kann ich einfach schon mein fucking Schweißgerät mit meinem Handy steuern. Cool. Ne, wirklich coole Sache. Oh. Es geht vorbei. Oh Gott, den habe ich doof erwischt. Ah, ah, ah. Ui, nice. Du war wirklich schön ausgetrüppelt. Ja. Schön ins kurze Eck. Ja. Schön reingerollt. Oh, Typ kommt. Und verschießt. Ich habe gerade den Lader getroffen. Entschuldigung. Ja, hier. Oh Gott. Ah, naja. Ah, das ist keiner da. Das ist keiner da, der fähig ist. Naja. Ähm, User bringt, äh, okay. Ich hole den. Naja. Eher, ne. Bei mir läuft gerade der Gunder. Der Gunder. Oh, you touch my tralala. Oh, ne. Oh. Oh. Scheiße. Oh, ne. Ja, das kommt. Oh, ne Millisekunde. Da war ein bisschen Chaos. Ja, das ist. Schade, 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 schade. Schokolade. Ja, User. Oh. Oh. Na ja, da mache ich nichts mehr. Ne. Damit habe ich nicht gerechnet. Ne, verständlich. Schade. Digga, was war das? Ne, ich habe es nicht gesehen. Ne, ich habe es nicht gesehen. Mann, der heizt ganz nach links durch, ey. Ja. So. Beiseite. Gering. Mach Platz hier. Ich bin der Landvogt. Ganz genau. Ah. Oh, der kommt. Ja, den kriege ich nicht. Ja, das ist gut. Ich weiß auch nicht, warum der User bei uns mit auf der Seite war. Oh Gott. Ja, das kann nicht sein, Digga. Was macht der denn jetzt, ey? Also ich meine, ich hätte dort nicht springen müssen, aber ich habe halt erwartet, dass der hoch schießt. Ja. Und dann konnte ich nichts mehr machen. Leute, wir handeln uns hier auf Gold drum, das kann nicht wahr sein. Ja. Spring. Oh, du Vollidiot. Hier. Das rast ja zu mir an der Wand. Um einen Boost zu holen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Pass in den Mitteln. Ach, scheiße. Jetzt habe ich ihn missgebaut. Schon. Oh ja, ja. Bring nochmal hoch. Danke. Das ist wirklich gerade. Das ist ein Meisemägen hier. Oh. Ich habe gewusst. Haha. Ach. 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 Bananana. Bananaklab, alter. Gabs Bananaklab. Aber ordentlich. Entweder, Fall im Huhndalik, aber und bei der wh implications. Überroße und wir. N肥Is ajuda? Stimme früher nicht los. Schade, Schade. Kupfer, Kohle, Holz, Holz, äh, ja, das kannst du noch so erzählen, bald kommt für Crusader Kings ein neues DLC, da freue ich mich drauf, ähm, worum geht's? Ja, Krankheiten, da führen sie dann, also wie ja schon im Crusader Kings 2, äh, Krankheiten eben ein, äh, gerade eben Pest, ähm, und das ist halt, ne, mega sick, man soll jetzt halt auch seine Leute dann jetzt auch anders, das ist doch nicht dein Ernst, ne, äh, okay, äh, anders, also bestatten können und so, wie halt deine Kultur das macht und so neue Bestattungsrieten und sowas, dann jetzt irgend so ein neues Legenden-Erzähl-Ding, das hab ich noch nicht so ganz verstanden, irgendwie kann man jetzt seine Legende erzählen und schreiben und so, und, äh, 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 ein neues Spezialgebäude, was ich sehr cool finde, das soll es mal geben, ähm, äh, und, ähm, ich weiß noch nicht, also die haben ja schon wieder so, oh geil, wir haben ja schon wieder so eine Road angekündigt, hier, äh, was so das Jahr rauskommen soll, Na? Und ich bin mir nicht sicher, ob das, äh, jetzt noch ein Aims Day ist, die rauskommen soll von den DLCs oder jetzt in dem eben, äh, hier, richtig cool, dass man auch, äh, jetzt spielen kann, ohne Land zu besitzen, also, dass man sozusagen eben rumreisender Adliger ist. Okay. Ist ja also, dass zum Beispiel das Spiel halt nicht direkt vorbei ist, wenn du halt eben, dass man sich deine letzte Grafschaft verloren hast. Oh. Interessant. Ja. Oh Gott. Was war das? Oh. Da haben wir mehr Glück als Verstand gehabt, nachdem der den Zug reingemacht hat, Idiot. Was macht der denn? Spielt der jetzt für die Gegner? Das sah so aus, ne, erst mal. Ich fahr dich, der Junge. Ah. Ich hab ihn aber gedreht. War gut für ihn. Jo. Ah. Ah, 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 ah. Oh. Äh. Oh, schade. Verdusel. Schade. Ja, wie gesagt, Heart of Iron bringt auch ein neues Deez hier raus. Da gibt es dann endlich Fokusbäume für Südamerika. Also für drei Länder. Oder halt, nein, Fokusbäume und halt Kriegsspiel. Hm. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob da sonst noch irgendwelche kranken neuen Mechanics dazukommen. Ähm. Ähm. Der Steloris hat jetzt einen Insel. Oh, schade. Oh. Ähm. Ähm. Oh Gott. Sorry. Hier, der kommt runter. Schade. Geil, danke. Ganz zärtlich reingerollt. Schön. Ich hab mich gerade immer von der Läufer rumgeplackt. Fahr ruhig. Ich bin gerade hinten. Oh, den hat er schön gehalten. Gut, auch bin manisch. Hat er schön auf mich geachtet. Gut in euch. Ich hab nur damit gerechnet, dass der durchrollt. Da hab ich die Kurve nicht gekriegt. Und, und, und dann war ich komplett am... Ja. Ja, ist gut. Ich hol den. Ah, zu toll. Ein bisschen. Oh. Schade. Ich bin hinten. Nein. Nein. Ich bin hinten. No. Für dich. Habe ich. Nice. In der Mitte. Ah. Scheiße. Habe ich nicht. Ich kämpfe noch. Ach. Schade. Das sah komisch aus von mir. Ja. War schwierig. Oh. Mach den rein. Check. Schön. 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 Haben wir nen Deckel drauf gemacht. Der Javiolio Crack, Alter. Da war's gar nicht. Wunderbar. 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 Warte, den will ich eigentlich mitnehmen. Wenn er will, ja. Ich hab da 1, Ari hinter mir. Das ist ja auch der Meister. Nein, der neue Meister. Komm, Meister. Komm, Meister, geht los. Guten Abend. Hallo, der Arm. Endlich mal jemand, der anscheinend ein bisschen was bringt. Ja. Also hoffentlich. Dass das nicht wieder bloß das erste Spiel war. Oh. Oh, scheiße. Meister. Meister, Kleister. Hab ich. Ja, ich hab mich schon gefragt, warum mich gerne unterstützen kommt. Na, ich war am Tor. Meister, Kleister wurde irgendwie rumgeschoben. Achso. Ja, schön. Oh. Du. Schön. Der kommt gut. Oh. Schade. Schade. Hätte der Meister den leicht berührt. Schön. Bin hinter dir. Hab ich gemerkt. Direkte Nacken hoch aufgestellt. Ja. Den krieg ich nicht. Wenn du meinen Atem in deinem Nacken spürst. Da ist es meistens schon zu spät. Scheiße. Da kannst du nur noch dich an deinen schönen Ort denken und hoffen. Mhm. Dass schnell vorbei ist. Oh, hier. Leute. Oh. Oh. Ich hab hier einen Boost. Schön. Entschuldigung. Schön haben wir sie gemacht. Da musst du mit Druck immer rein langsam. Ja, klar. Sie ritten durch das wilde Kurdistan. Oh nein, Max, was machst du dort denn? Ey. Oh, Fäde. Ah, Gott, leise. Ach, Mann, ich kenne dich. Das hat mich alles verwirrt. Das wilde Kurdistan. Auch das. Aber auch euer Rumgetänsel. Korngetänsel. Der ist vorbeigehoben. Nee, der hat ihn jetzt doch weggespielt. Unmöglich. Siehst du, er hat so drückt. Dann halt so. Irgendwie so. Ich weiß doch. Wie war's das? Einfach mal reinhämmern? Einfach mal reinhämmern. Max, weiter, los, greiß. Bist fest. Ja, schön. Oh, ich habe die Vorlage nicht mehr gekriegt. Mann. Scheiße. Warte, das war doch... Hä? War doch nicht so lange her. Ja. Mann. Meine Points. Ah, schön. Das Meisterkleister. Ja. Nein. Schade. Oh. Oh, der hat mich weggeschauten. Ja. Ich fand's gerade schön. Ich wurde ja gerade gekillt, ne? Bin respawned. Direkt vom frischen Boost. Bin reingefahren. Und der Meister kam mir gerade entgegen. Der hat ihn mir aber gelassen. Der ist so lieb, ne? Ne? Der achtet viel auf die anderen auch. Also ich meine, es ist zwar nicht so nötig, wenn du respawnst, direkt einen großen Boost einzusammeln, aber... Ja, aber ist trotzdem wichtig und schön. Fürs Gefühl. Ja, fürs Gefühl auf jeden Fall. Man fühlt sich ja gleich wie sicher auf dem Turmuster. Mit so einem vollen Tank. Und deswegen bin ich ja noch Sturzorgel voll, wenn wir spielen. Oh. Nice. Ein Boost mehr. Ja, voll. So, ich bin mitte. Nein. Schade. Weg von meinem Ball. Was? Wie jetzt? Was? Ich hab doch gesagt, weg von meinem Ball. Wie weg von deinem Ball? Findest du das meistens toll, wenn ich so gut mit Beden spiele? Naja, klar. So, mitte. Sie rennen durch das wilde Kurdistan. Mensch, wie ging denn die Text noch mal weiter? Kannst nicht mehr weiter. Nicht schon wieder vorm Turm mit dem Kurdistan. Du weißt ja, was draus wird. Oh, schön. Schön erwischt. Ich hab doch selber reingespielt. Das ist ja noch ein nasses Winkel. Das muss ich jetzt... Wieso höre ich denn eigentlich keine Mucke mehr? Weiß ich nicht. Ist leise. Geht schon los? Ja. Warst du hinter mir? Ja. Schön. Ich muss immer kurz bei dir fahren. Aber er ist gut. Oh. Jetzt hab ich's vergessen. Jetzt hab ich's wieder nie gehört. Geh. Geh. Geh, geh. Geh. Nice. Zwei, die dem Tod schon oft ins Auge sahen. Zwei Freunde fürs Leben. Will ich überhaupt wissen, was das ist? Es heißt Hachi Halef Umar von Genghis Khan. Du würdest jetzt, du würdest mit mir durch die Steppe rein, ich sag's dir. Ja, also das würde ich so oder so machen, na? Das war dumm, ob ich den gestoppt hab auf dem Beuten, dass er dann nicht mehr gehüpft ist und nix. Schön gehalten. Oh, schade. Schade. So. Fahr du, falls du hinten bist. Ne, ich bin am Ball. Ne, alles gut, ich hab grad keine Ballkamera gehabt, ich wollte es nur gesagt. Achso. Du, 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 du. Oh. Hab ich. Oh, schade, ich dachte die sind verbirrt. Ah. Denk richtig. Das war aber nicht. Jetzt kommt er. Oh, da ist jemand gestorben. Huch. Huch. Nice. Ich bin mit dir. Red mal hier drüber. So. Hat dich das gleich so aus dem Konzept gebracht, dass ich noch mal da bin. Ja. Ja, wirklich. Das ist gleich ganz geil. Oh. So. Brechstange. Die Brechstange. Und einfach rein damit. We love it. We love it. Oh, entschuldigung. Pardon. Nein. Oh Gott, lass mich mal. Du bist ein Tier. Alles gut, der ist tot. Ihr seid Tiere. Ich frage. Ich frage mich eher. Was. Was. Waren die anderen aus dem Team gerade auf K? Anscheinend. Ich weiß es nicht. Okay. Oh. Na, ich meine, dass da kein anderer hinterher gefahren ist, das war schon. Ja. Keiner traut sich. Hat er. Das war aber immer meine Schuld, oder? Du hättest ihn da gehabt. Ne, das war auch meine. Meister. Schönen. Oh ne. Nein. 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 Oh, jetzt hat der Schüttermeister wieder allen Buys genommen. Oh. Natürlich spiel ich die genau vorne hin. Ja. So schnell ist keiner von denen. Den musst du. Den nimm. Oh. Na ja. Hä. Ja. Das wäre ja mir gut gegangen. Ja. Ich frage mich dann nicht mehr bei dir. Bitte. Entschuldigung, danke. Okay, ich bleib mal wieder ein bisschen defensiver. Obwohl das ja eher dein Job ist, Dave, ne? Für theoretisch, ja. Zwecks defensiv, weißt du? Verstehst du? Achso, achso. Ich dachte, die Mainz ist toll. Eigentlich war ich immer der Torwart. Also das ist doch eigentlich meine Lieblingsposition beim Fußball. Weil du nicht so viel rennen musst. Auch? Aber ich bin dieses Hechten cool. Und dieses der letzte Mann sein. So. Entschuldigung, meine Jungs. Hey. Der Meister hat mich geschubst. Schön. Den krieg ich nicht. Den kriegt keiner. Tut mir leid. Oh mein Gott. Scheiße, ich wollte ihn wegblocken. Weg mit dir. Fuck. Komm, warum fang der nicht ran? Ah, ich wurde geschubst. Ah, schade. Warum hat der denn hier... Da hat er schon vorher ranfahren. Hatschi alle vom Armen. War det gut? Ja. Ah. Mann. Ein Rumgeschubse hier jetzt. Alles rechtzeitig. Da, meine Parade. Ich wurde hier schon wieder bloß rumgeschubst. Groß für ihn. Oh nein. Oh Gott. Das musst du ein... Was macht der Meister? Ähm, Meister. Oh Gott. Da hat er aber Glück gehabt, dass da keiner war. Ach, geblockt. Hast? Ja. Danke. Ach, schade. Na klar. Verhindern. Dann dreht der Hatschi schnell ein dolles Ding. Und du? Ich hole mir. Genau, beiß. Nein, 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 nein. Nicht gut geklärt. Oh. Nein, und der eine hat mich geblockt von dem Bein nach hinten vorne. Alles gut. Der ist... Mahatma, Mahatma nicht. Mahatma garanti. Ganz knapp, ey. Puh. Wohl ich. Nice. Bitte? Bitte? Oha. 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 Ja, warte. Ja, warte. Wir treten nicht ab. Schade, aber du hast es gedacht. Nee, ich wurde vom Meister geschubst. Und war deswegen falsch rum schon. Haben vorne gehalten. Schön. Oha. Nice. So, Davy. Was denkst du denn? Wie lange? So 19, 19, 30 ungefähr? Ist für mich okay. Wie du willst. No. Wir sind nämlich schon eine kleine Weile wach. Heute. Wie immer. Und Ari ist hier nebendran nämlich auch schon ein bisschen am Kämpfen. Ah, wach zu bleiben. Hm. Au. Wartest du jetzt böse von der Seite angeguckt? Von mir an. Von dir an? Warum? Du warst da hinten. Nein. Nein, gar nicht. Klar, du Schnulli, Bär. Nicht. Schwierig aufgebeissen. Nicht bei euch. Nein, aber. Hast du ja gesehen, dass ich da nicht war. Ja, hab ich gesehen, dass es nicht war. Siehste. Das ist gesund beendet. Oh. Meister, den hat er. Wann es da klar ist. Sollte, ja. Wenn er den nie gehabt hätte. Meister Athea, also Österreicher. Ja, ja. Kein Kommentar. Schön. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir dann mal wieder von unserem Tor weg kommen. Da ich erst. Da. Das ist dein Pass, Max. Ja. Hätte ich eher oben sein müssen. Aber ich wusste nie, wie der den noch weiter. Bringt. Wow, das war eine Parade. Oh. Tsk. Vor, Max. keine ahnung was ich da gemacht habe es war einfach schon wieder gruselig aber irgendwie ist er ja vorne geblieben na klar ja ja wohl der hat ja geschrieben wow weil die den gekillt haben hinten und dann hat er ein tor geschossen also nice flugschwein bekommen was ein flugschwein mit flügeln passt zu dir nicht wegen dem schwein sondern weil du beflügelt bist in rocket league du bist der adler kämpf wie ein schwein ja auch haben wir gerettet mein freund hey komm endlabs muss es geben ne quatsch schwein doch wollte sie mir dran ach schade ich hatte keinen boost ja ist gut ich sag nur immer wenn ich auf der ganz anderen seite stehe dann wollte sie mir dran sage ich also damit die beste küsst du die sache machen ähm alter das war da konntest du nix machen das ja schade ach dann hätte ich weg bolzen können hey da ist vor dem schock nüch das glaub ich dir ne du wolltest dir bloß mal anstupsen natürlich fahr ich am bus vorbei schade schon ja die sind gerade fast nur noch in der defensiven ja norm na 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 ja na yes nein warum ist denn da kein our pff hmm Das war jetzt ein bisschen scheiße. Na gut, er wurde weggeschubst, ja. Oh, bitter. Ja, komm, drei Minuten. Ich weiß nicht, wie viel Glück. Bodenlos, wie viel Glück. Einfach bodenlos. Na klar. Du? Nee, okay, alles gut. Hä? Wei. Also ich meine, ja danke, aber... Oh, Max! Oh, shit. Schade. Dann halt so. Dann halt so. Keine Ahnung, wer einen Pass hatte. Ich nicht, Leute. Ich wollte da nicht mehr dran. Ich glaube, das war der Gegner irgendwie oder kam aus der Mitte. Pass zurück für dich, genau. Oh, wie ihr mir betetet, habt ihr mir betet den Bus gelassen? Ich bin voll. Das war voll lieb. Ich bin voll. Ich habe den Indermatik genommen. Ah, nach klar. Oh, schade. Oh, hallo. Oh, oh, oh. Scheiße. Ja, bring weiter, ich komm mit. Ja. Da, der kommt gut. Schade. Oh, gott. Gut. Alles gut, ich stand im Weg. Alles gut. Oh, gott. Schön. Puh. Oh, warte. Na ja, der muss ja vertödelt haben. Ja, schade. Schade. Komm, 21 Sekunden haben wir noch. 21 Sekunden Jungs. Ich verstecke mich immer mal wieder so ein kleines bisschen hinterm Mikrofon, habe ich das Gefühl. Schüchtern bist. Ja, wirklich. Schön. Oh, schade. Ja. Oh, was ein Traum. Schade. Ich glaube, wir haben noch 21 Sekunden. Geil. Nein. Bleib hinten. So. Okay. Ihn belief ich mal. Ja. 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 Ich denke, wäre besser gewesen, wäre ich mit rangefahren. Hm. Vielleicht. Wir werden es nie erfahren. Ja. 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 Äh. Ein. Oh ne. Ein Millimeter vor dir war ich jetzt wirklich. Ja okay, gewinnen wir halt so. Ist auch in Ordnung. Hauptsache wir gewinnen. Nice. Komm. Noch mal so eine Runde. Dann noch mal so eine. Schön. Entweder du hättest ihn gekriegt oder ich hätt ihn reingemacht. Das ist meine. Alter. Hallo. Beiseite. Scheiße. Alles gut. Ich hätt ihn gehabt. Oh schön. Oh. Ja. Der hätte von mir schon sitzen müssen. Gut. Was macht der? Ich weiß nicht, was da die Mission war. Ich dachte mir, das Marschall nicht mit mir. Ja. Verstehe ich. Nie unter meinem Verfehlen. Nee. Danke. Oh Gott. Alles gut. Du machst das. Du bist Profi. Ich hab keinen Boost mehr gehabt. Ja. Schaden. Na klar. Brei noch mehr ab. Hier. Wo seid ihr? Ach schade. Da ist es gut. Da nie. Oh. Boah. Ich hab grad mit dem grad übelst reingeformt. Deswegen war keiner da. Ja. So. Weg da. Da ist keiner von dem. Die ich verstehe. Ja. Alle dran zerheizten. Ja. Sag mal. Ich bin gelandet. Ich weiß. Aber allgemein, was wir machen. Wir sind alle schon wieder auf einem Knäuel. Ja. Das stimmt. Oh. Ich bring mal zurück. Schade. Ich hab fast gehabt. Oh. Mit dem klappt auch richtig Stings hier. Das Wechseln. Der hat gewartet. Ich hab gesehen. Ich hol boost. Ist dann los. Das ist schön. Das passiert. Das passiert. Geformt. Ja. Ja. Schade. Ich hab'n Fasner gehabt. Oh. Alles gut. Ja. Also hättest du nix machen können, Bruder. Ich stand im Tor. Ja. Wirklich. Paschne. Entschuldigungs-Kindy. Oder war das der andere, der nie mitkam? Genau. Ja, war nur. Das ist so weit, ich verstehe. Oh, ey. Oh, crap. Das ist aber übel. Ach, schade. Wir haben gerade keiner da. Ja. Aber passt aufs Tor. Auch auf. Ich fahr wieder hinter. Mhm. Oh, den bringt er gut eigentlich. Der hat, ja. Weiß doch. Weiß doch. Ich bin hinten. Mhm. Oh, klar. Na, gut. Na, klar. Bring da noch höher. Oh, Mann. Dass das kein Torschuss und kein Befreiungsschlag ist. Also Torpenparade. Hallo. Könnt ihr mal aufhören, mich immer zu klingeln? Wirklichen. Höre ich nach? Ich hab doch gar nix gemacht. Schiech. 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 Ah, komm. Klar, den 2. Das kriegt man heute noch. Ah, mindestens. Bisschen Sand. Also ich meine, wir sind jetzt so bei einem Progress von Null. Ist denn die Anu eigentlich schon zerhalten geblieben? Das ist die Anu eigentlich wieder raus, wo der Arig weg war? Äh, nehm ich an. Okay, also wir haben gerade keine. Wir haben gerade keine Anu, ne. Sorry, da hätte ich vormüssen. Ne, ich bin der Zuschauer. Ah, mich und Ari. Die wichtigsten. Die wichtigsten, genau. Die treuesten. Schön. Zum Mittel. Für euch. Einen hab ich geschubst. Schubst den doch nicht einfach. Ach klar. Der hat was verdient. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben wir Glück. Aha. Ich hab keinen Boost mehr. Ah, ich... Ah, fuck. Egal. Der Max, der Ritter durchs wilde Kornestand. Aber sowas von. So, 4.20. Die Zeit. 4.20. Alle fahren so'n Boost. Oh. Leute, Metal, Leute. Was da los ist? Ich hab sogar noch... Ich kann mir jetzt noch noch reingedüst. Aber... klar. Man... Ah... Ah... Oh, hallo. Was denn jetzt? Schön. Den hat er schön rausgearbeitet. Ja. Fein hast du es gemacht. Das ist bei mir grad irgendwie mega rumgeglitt. Ja, ja, bei mir auch. Ah. Du warst sowieso zu langsam. Ja, das stimmt. Das habe ich auch bemängelt. Okay. Nicht dich. Ich dachte, ich muss mich schon wieder vergessen. Oh, das wäre ja wieder schlimm geworden. Da hätte es wieder keine Woche, keine Liebe gegeben. Eine Woche? Mindestens. Wenn es Glück hätte. Ich weiß nicht, was du von mir denkst. Ich bring den rein. Ja, aber echt. Ich wollte nicht wirklich wissen. Das war jetzt wirklich einfach eine tuppliche Spielerei. Dachte ich mir schon. Vielleicht Verwirrungstaktik hinter mir. Da wissen sie nicht, was los ist. Ach, schade. Ah. So, erst mal zwischendurch hier die Wange kratzen. Oh. Oh. Krabbelts Ohr. Na, den hätt ich eigentlich reinmachen müssen. Der fliegt gut. Und der war. Schade. Mann. Das ist wirklich peinlich. Du? Ich habe keinen Boost. Schade. Das war ein bisschen doll. Scheiße. Ich kam da halt überhaupt nicht mehr ran. Ey. Was? Achso. All right, guys. So. Aber der geht nicht rein, was er will. Schön. Ich wollte mich gerade am Ohr kratzen, dann habe ich gemerkt, alter ich habe da ein Headset auf. Ja. Einer von euch, schade. Und dann wäre ich wieder von der Seite ausgelacht. Ich finde das nicht in Ordnung, wie ich hier behandelt wäre. Wo kommst denn du Lulatsch jetzt unter mir her? Äh, von unter dir. Oh. Ach. Was war du? Hast du den Meistert, weißt du? Ja. Wie stand hier vorbeigeslidet? Wie wir aneinander vorbeigeslidet sind. Ja, ja. Geil. Oh Mann. Also ich krieg gerade wirklich gar nicht mehr geschissen. Ah, schade. Magst nicht mehr lange. Durchhalten, komm. Wir dürfen jetzt nicht unseren tollen Freunde verrauen. Schlechten gameplay. Mann. Mach dein... Ne. Ja. Alsincoln rom wist, muß. Das war meine Schuld. Kontrollen flieg gleich Schade ich mag dich ja heute nie oh come on Ich habe jetzt auch das Schwein gekriegt. Oh, Forbidden Temple. Ich habe keine Ahnung, was da geschrieben hat. Alles gut. Alter. Äh, hä? Hä? Oh, 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 hä? 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 Ich habe keinen anderen Kerl noch dafür. Was ist da gerade passiert? Hä? Hä? Räntn, parada! mittel kommt weit weg ich bringe noch mal rein versuche noch mal rein okay war zu langsam schau Der will mich doch nur zusammenscheißen. Der will Liebe mit dem machen. Wie alt war da? 22? 22? Ich habe es vergessen. 22. Ich schreibe den mal gleich, ich quatsch dann mit ihm. Ja, nach dem Spiel können wir gerne Discord austauschen. Dann kannst du ihn auch auf unseren Server loggen. Also machen wir da jetzt die letzte Runde sozusagen streamen? Oder wollen wir dann mit ihm im Discord? Ja, letzte oder vorletzte? Oh, Max! Lass mich doch da stehen. Ne, habe ich nicht. Kommst du von hinten? Ne, von der Seite. Mann! Ah! 22, der könnte fast vernünftig sein, oh Gott. Könnte fast vernünftig sein. Kann nicht sein jetzt hier. Hey. Sorry. Ich habe dich nicht getroffen. Du hast meinen Ball abgeblockt, ja. Oh. Mann! Hattest du mir jetzt eine Antwort gegeben wegen der Tür? Ähm. Was ist das? Alter. Ähm. Ja, die letzte oder vorletzte müssen wir gucken. Also von mir aus kann man auch die vorletzte machen. Also da ist nur eine. Nein! Oh! Aber ich glaube so wie die läuft. Ja, der hat auch ab und zu einen ganz schönen Kartoffelping. Das kann nicht sein. Jetzt kann er es aber nicht auf den Ping schieben. Jetzt hat er einen normalen Ping. Vorhin hatte der mal einen von 999. Alter, die Runde ist. Sag mal. Der könnte halt, wir wären dran, da war das schon eine Freude. Gibt es in Österreich keine Freunde? Boah. Also ich meine, ja wie gesagt, aber... Lass uns zuerst mal die Runde spielen. Naja, ich sag doch, alles gut. Ja, ne, ne, also damit meine ich ihn halt allgemein, also... Jaja, das hat die ganze Zeit auf den 12 Texten, weil es da steht 4-1. Ich bin gerade... Ich bin gerade Bot. Wie lade ich den denn auf den Discord ein, auf unseren Werners? Link schicken. Einfach Link, okay. Ähm... Ja, muss er dann halt gucken, wie... Naja gut, ist halt... Ähm... Kannst... Na doch, den kannst du eigentlich rauskopieren. Ähm... Also wenn du dann mit der Maus kannst du ja dann... Oder? Kannst du... Ne, kannst du ja keine Sachen kopieren. Ähm... Ja, keine Ahnung. So... Wollen wir da jetzt erstmal streamen bei hinten, oder? Ähm... Ja... 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 Wie kommt der hier rein und ruft irgendwas volksrechtswidriges? Naja, ich hätte jetzt sowieso nicht mit dem noch im Stream geredet. Oder im Discord. Ja. Ähm... Also ich hätte gesagt, ja, einladen und... Freunde und dann war's das. Erstmal für heute. Ne, aber trotzdem... Da... Machen wir für heute hier Feierabend. Sind ja morgen wieder da, um 19 Uhr. Wir wissen... Wir wissen noch nicht, was wir machen. Ähm... Aber ich... Also gut, ich weiß jetzt nicht mehr, ob's beim Eric immer noch so ist. Aber... Bei mir wär's auf jeden Fall so, dass wir dann morgen eventuell wieder was anderes machen. Ähm... Diese Abwechslung halt. Und... Also du mähnst jetzt abseits wahrscheinlich von Hand? Genau. Genau. Also eventuell. Muss mal gucken. Ah, Hand ballert schon ganz schön, oder? Ja, verstehe ich. Ähm... Aber... Sind wir morgen wieder da? Bis dahin, liebe Freunde, immer schön mitbleiben. Schönen Abend noch. Bis dahin. Tschüss. Ciao.